Das Einzige, was in diesem Raum gerade noch angeleuchtet wird, ist dieser Schrank. Verdammte Scheiße, was geht hier vor sich? Du hängst dir wie Spider-Man in der Ecke! So, Special Effect, der Feueralarm. Wollt ihr mich verarschen? Der ist nicht angeschlossen. Okay, ich muss mich beruhigen, wie komm ich hier raus? Hallo? Oh Gott! Hilfe, Digga, was schreist du mir denn so ins Ohr? Junge, was läuft denn bei dir schief? Alter, sorry. Editor habe ich natürlich realitätsnah gemacht, ne? Also, sehe ich auch in echt aus. Digga, du siehst einfach... Wie siehst du denn aus, Digga? Alter! I'm too sexy, bought my shirt. Too sexy, bought my shirt. So sexy, it hurts. Oh Gott. Also, das killt mich jetzt schon wieder, ne? Wenn ich dich jetzt so da rumlaufen will! Ich kann doch nicht ernst bleiben! Oh fuck! Bitte lauf nicht vor mir! Ich guck dir die ganze Zeit um. Nee, bitte nicht! Kannst du bitte hinter uns laufen, Noro? Ich kann das nicht! Oh Gott, ey! Hat sie dich? Nein, das war der komische Dildo-Typ! Oh nein! Ich hab die Bibel! Ja? Ja! Nora ist unten! Tora, die haben uns zum Keller, ne? Ja, die Tora ist im Keller. Ja, ich weiß auch wo. Warte. Oh, ich hab ne Batterie! Oh, ja, Gott sei Dank einer! Super geil! Oh Gott! Sie hat mich! Sie hat mich! Sie hat dich? Ja! Schauberpapier! Oh Gott, da war sie grad schon wieder! Sie kommt schon wieder! So, folgt mir, folgt mir, folgt mir! Hier hinten! Hier hinten! Nein! Scheiße! Das kann nicht! Wir hätten uns zu dieser scheißen Tür gemusst! Alter! Oh, das gibt es doch nicht! Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da! Was? Ich bin traumatisiert? Was? Warum? Hallo, mehr als ein Spieler startet, geht mir immer Mühe! Sie müssen mich heilen! Hallo? Ja! Ja, Mann! Alter! Brenn, du dumme Sau! Brenn! Was? Ich hab's gefunden! Wo denn? Wo seid ihr denn? Hallo? Hier? Hier? Hier war doch gerade eben bei mir! Seid ihr doof? Hallo? Ne, wir sind weg! Wo bist du denn? Ich bin oben! Einfach weggerannt! Ich bin nicht weggerannt, ihr seid weggerannt! Ja, hier rennt irgendwas rum! Ah! Sau! Da kommt jetzt doch doch doch! Ah! Wie geil! Hier läuft irgendwas rum! Bapapapapap! Ah! Ah! Deine Mutter! Ah! Ah! Wie deine Mutter! Siehst du das nicht vor dir? Ah! Was denn? Ah! Ah! Deine Mutter! Ah! Aber so von dem böse Dings aus war sie nicht schlecht! Danke, danke, danke! Nö! Aber cool, dass wir es geschafft haben! Das auch! Ja! Hat mich auf jeden Fall noch mega gefreut! Horror, dir wünsche ich auch eine gute Nacht! Danke fürs Mitmachen! Und wir schreiben sie rüber morgen oder so nochmal! Ähm, Kati, schön, dass du neben mir gesitzt und mit mir spielst! Ja! Ja! Dann hört man und sieht man sich! Jawoll! Bis dann! Ciao! Ciao!